Was geht meine lieben Leute, herzlich willkommen zum Gewinnspielauflösung des Gewinnspiels von dem Oxmaster 2 Spiel. Wir befinden uns auf random.org, da kann man halt, ja, wie man sieht, ihr wisst bestimmt was das ist. Die Teilnehmer sind weiter gespielt, Funcape, 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 egal, Kupio, Roman, LP, Mr. Plane, Say, The Blober und Max Powers. Und das, was ich jetzt noch machen muss, ist einfach nur hier auf Generate drücken. Ich weiß, dass ich es falsch ausgesprochen habe, ich bin Deutscher, ich darf das. Und dann wird ja eine Zahl zwischen 1 und 6 und hier habe ich die auch benommert. Und dann generiere ich mal. Und Nummer 2 ist der Gewinner, das ist Funcape. Ich werde Funcape eine private YouTube-Nachricht checken. Wenn er mir innerhalb von 2 Tagen nicht antwortet, werde ich nochmal auslosen. Also wenn er mir am 8. 9. nicht geantwortet hat, wird eine neue Verlosung ausgewählt. Dann, ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal und wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen Video heute. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder überübermorgen. Egal. Ähm, bis dann. Ciao.